wehrt sich annie kilner so gegen erneute affären gerüchte das drama um kyle walkers 34 liebesleben geht in die nächste runde vor wenigen tagen behauptete seine ehemalige affäre lauren goodman der fußballstar soll erneut versucht haben sie ins bett zu bekommen schießt nun kühles ehefrau annie kilner im netz zurück eigentlich hält die vierfache mutter ihr privatleben und insbesondere das familienleben strikt aus der öffentlichkeit doch jetzt repostet die 30 jährige einen süßen schnappschuss ihrer schwester in ihrer instagram story deine jungs werden irgendwann einmal die frau sehen können die du bist und stolz auf dich sein lautet die bildüberschrift der aufnahme die annie zusammen mit ihren und kühles vier söhnen zeigt ob das nur ein zufall ist lauren hingegen scheint kein interesse daran zu haben das affären drama aus der öffentlichkeit zu halten nachdem die influencerin ein gerichtsverfahren gegen ihren ex verloren hatte wandte sie sich an ihre 228.000 follower zeit ist eine schöne sache die wahrheit wird ans licht kommen und es gibt noch viele weitere dinge die aufgedeckt werden können drohte sie dem manchester city spieler doch was ist eigentlich passiert seit 14 jahren gehen annie und kai schon zusammen durchs leben und sind stolze eltern von vier kindern während ihrer gemeinsamen zeit bekam der fußballstar jedoch noch zwei weitere kinder mit seiner affäre lauren den seitensprung scheint der englische nationalspieler mittlerweile sehr zu bereuen was ich getan habe ist schrecklich und ich übernehme die volle verantwortung ich habe eine idiotische wahl und idiotische entscheidungen getroffen ich kann mir nicht einmal ansatzweise vorstellen was annie durchmachen muss erklärte der brite im januar dieses jahres gegenüber des sun die Untertitelung des ZDF, 2020